Alles in Ordnung, also der Wettbewerb kann beginnen. Von der Zeit her, ich bin drin, wenn nicht groß was schief läuft, werde ich fertig. Ich bin mit meiner Arbeit bis jetzt zufrieden, also es sieht gut aus. Es macht immer Spaß mit jungen Leuten zu arbeiten und vor allen Dingen, die sind ehrgeizig, die wollen was erreichen. Wir haben unser Schema und unseren Zeitplan und den hat der exakt eingehalten und das ist beruhigend, wenn man das weiß, dass man im Soll ist und man darf sich nicht an die anderen orientieren, sonst kommt man ins Grübeln. Es war bei 15 kaum einen Unterschied zu erkennen optisch auf den ersten Blick. Da werden die Maße und die Flucht und Winkel entscheiden nachher. Das geht nachher um ein paar Punkte nur bei uns. Die Wettbewerbe bringen mich auf jeden Fall weiter, vom menschlichen und vom beruflichen. Also es ist eine super Erfahrung. Die Spannung ist immer da bis zum Schluss, aber ich bin guter Dinge. Wenn man die Gelegenheit dazu hat, dann würde ich es auf jeden Fall wieder machen und anderen auch empfehlen.